Dann, weiß ich noch, haben wir irgendeinen Freitagnachmittag den Ralf in den Kinderwagen gepackt. Und ich hatte ja auch ein Auto schon zu der Zeit, also ich war ja da sehr weit. Und dann sind wir runtergefahren zum Ziegenort der Fahrt. Und da war das Häuschen. Gleich als wir vorne ankamen, hat Gitti gesagt, ach, eine Garage und ein schöner Vorgarten. Und hinten ist ja auch der Garten noch. Und da habe ich mir schon gedacht, naja, das wird unser neues Zuhause. Dann ging man ja rein, durch den Wintergarten, ins Haus. Das heißt also, wenn du durch den Wintergarten durch warst, hast du vorne aufgeschlossen, wie so eine erste Haustür. Und bist durch den Wintergarten und dann war nochmal eine Haustür. Also wie eine Sicherheitstür praktisch. Ja, also einmal die Haustür in den Wintergarten und einmal aus dem Wintergarten raus, kam man dann in den Flur vom Haus. Ja, so war das. Untertitelung. Ja.